Ich bin Speller, bin schon im Squad. Also, ne, ich bin nur beim Squad. Missionen. Video. Weiter. Welcher Squad bist du? Freddy. Aktuell noch gar nichts. Ich bin im... Battlefield vergrund man eben mehr als niedrigere Auflösung. Äh, Grafik. Echt? Wir haben Einsatzziel Cäsar erhobert. Oh, individuell. Oh, fuck. Holy fuck. Wo, in welchem Squad bist du jetzt? Freddy. Wow. Ist das früh? Ja. Ihr war nice gemacht. LOL und du wirst aus deinem rausgeschmissen? Ja, bei Acro, bei Acro, Ding. Wo ist es, wenn ihr jetzt rollt? Ja, was ist hier voll? Oh, lol. Hauptsache, ich spawn und greppier jetzt dann. Ich finde die Karten irgendwie aktuell am besten. Echt gut. Nein. Jetzt kommen wir doch mit dem fetten Update erstmal freie Maps raus, oder? Ja, stimmt. Im Dezember kommt mir irgendwann raus. Einsatzziel David erobert. Geil. Freie Fahrzeuge, freie Karten. Ja, geil. Fahrzeuge werden immer kostet ein bisschen, aber... Ich weiß nicht, aktuell lohnt sich Premium einfach nur überhaupt nicht, oder? Nein. Im anderen Premium hast du ja mehr Waffen und so, oder? Ja, die kriegst du jetzt so schon auch. Aber es dauert halt, bis alle DLCs hier raus sind. Kriegsanleiden darf ich eh noch sammeln. Eben. Wobei es maximal bis Level 100 klingt. Meinst du, dass dies nicht aufgeht? Was? Ja doch, das geht jetzt ja sicher irgendwie auch. Wahrscheinlich wär's mir halt irgendwann... ...einfach pro Level da... ...sau viel Kriegsanleiden kriegen. Kurz die nächsten dieser Panzerfahrer, die hat mich schon wieder her. Bis du denn da? Da wo ich drin hab bin. Das ist dein feindlicher Sturmsoldat! Das war ich. Mei, mei, mei. Ach, da bist du auch drin. Ich bin am Fünferst. Er kann jetzt einfach nur... ...bisschen, weil er viel reformiert hat, dass wir in den Gang eingestammt sind. Er repariert. Du bist jetzt mal, aber du schaust. Ja! Ah, da geht's mir nix. So, nur drei Kürzen. Hä? Drei Kürzen noch. Ich weiß nicht, wenn ich fahre mir jetzt über AT-Minute drauf und dann... Kannst du schießt den ab, schießt den ab? Ja, ich schieß doch! Super. Drei Kürzen noch. Ja, ich kann nix machen, weil ich nix sehe. Irgendwie haben wir mich glaube ich gleich im Arsch. Wir haben noch 40 geben. Aus. Okay. Das war nur Gas. Jetzt steigen wir aus. Oder was? Boah ey, der hat mir an dem Arsch. Ich zeig dir, wie das ist. Wir haben Einsatzziel David verloren. Boah, irgendwo hier und wer hat repariert... Nein, nicht da! Ey, du vergassst mich vor, das ist ja heftig. Okay, passt. Nein, doch nicht. Hauptsache, wir haben einen Zähne, Deck nochmal. Haha, komm mal, komm mal. Übertreib, eule! Ich hab kurz so einen fucking Bucker. Go, work, work. Das war echt, nein. Das war echt, nein. Also, wieder rausgetappt. One kill, no kill. Warum hält die tübricht? Was ist denn da? Nein! Nein! Mute mal jemand oder im Mute, warte Oh, ich mein Sprachjet, wo kann das sein? Ja, das kann sein Aber wie mache ich den wieder aus? Weiß ich ? ? B Selig Komm nur hör' Geht mir einfach O, F***er ? ? ? ? ? Da drüben ist der drüben Väter! Du fucker! Der trifft an die Väter, da! Hier war mit der Panzerbüchse den Sunny umbruch Du Schlingel Kurzi F***, was ist denn los? Danke! Ich verzeih das Kill Ich glaube ich muss wieder snipen, ich sehe das jetzt schon Du hast ja keinen Zweck Revive mir, du Drecksau Komm, 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 bike Jetzt revive mir, du Depp Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Komm her Wir haben Einsatzziel Albert verloren Oibert Und was sind die 5 Kill sind noch im Leben? Nein, keine Ahnung Es war so ultra nice, man Und dann einfach nur 2 Games gewinnen halt und dann geht der Dann kriege ich auch den hier schaden Wir haben Einsatzziel David verloren Bei allem guten Willen, aber auf Niedrig kommen wir jetzt mit dem Spiel Ich glaube ich dann Wir haben Einsatzziel Albert erobert Wenns da wirklich Grafikkarten ein bisschen Geld übrig hast und da immer wirklich entweder RX 480 geht oder GTX den 60 gekauft hat Weil da kannst du sicher Yes In der Nähe deiner Position Da kannst du sicher alles auf Ultraspringen Ich sag's ja vielleicht Kantengleitung nicht, aber sonst alles Ja, warum ein 60? Ja, weil die einfach mal ungefähr 150 Euro billiger ist als ein 70er Aber wenn dann die sind die hier bei der Position Die drei hier bei der Position ist eigentlich fast 16 im Endeffekt ich bin gerade direkt in die gegner drin gestanden du hast es gesehen? ja, ja es ist ein Schmacht-Chat, Alter irgendwer steht da hinten 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 warum bist du... trupps Simon, ich werde uns das jetzt leider stumm machen schon wieder doppelt, oder was? ja, jetzt nur mal so viel stumm gemacht, das ist mir wurscht ja, die anderen ja, das war ein Artillerie-Geschütz ja, das war ein Artillerie-Geschütz ja, ja da drüben ist dein feuchtiger Schumsoldat ja, Alter, der weiß ja genau, wo ich bin und er ist ich werde reif gleich ouais es ist wie ich genau wo die Ferne sahen, aber ich weiß auch, wie es ohne Ja, wieder. Oh, wieder. Boom, wieder. Ja, kannst du. Boom. Reloading. Holy shit, ey. Shit. Jetzt gingen die Straßenschlachten schon wieder los. Alles klar. Oh, die wir vergasst wurden. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Wo haben die fähigen Melix? Die fähigen Melix. Warte. Puh. Ich gebe ihm jetzt meine Mittel zum Ausprobieren. GPU-Speicherbeschränkung, aha. Du wärst fast selbst hätten. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Ich glaube, dass ich es nicht machen kann, dass er auf die Dinge zugreifen soll. Auf und ab. Ja. Oh, da vorne. Aber du hast gerade 8 GB, oder? Ja, aktuell. Aber ich konnte auch was abzwacken. Weil ich brauch nicht 1 SC. Okay. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Jetzt lassen wir den Scharfschützen ohne. Oh, nee. Okay, das ist eh gekonnt. Negativ. F ist frei. Das Ziel dort erobern. Das Ziel dort erobern. Wir verlieren Einsatzziel David. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Wir haben Einsatzziel Cäsar. Seht ihr den? Sturmsoldat! Ein feindlicher Panzerzug ist... Übertreib! Oh shit, kein Hobby. Dann stirbst du dann. Er hat die nächsten 6 Sekunden. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wann soll ich sie rein? GG. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Ja, sogar unser Squad-Member schreit nach Medix. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Oh. Schi repariert sie. Schi repariert sie. Dann steht sie. Messergranaten. Oder Artilleriebeschuss. Wir verlieren Einsatzziel David. Oh man. Der Zug ist genau unter uns. Der Zug ist genau unter uns, oder? Der Zug ist genau unter uns. Das ist immer bitter, wenn das passiert. London ist immer ein Abstecher wert. Check the Ripper. Der Zug war 1888. Oh, ich glaube da kommt der Tank von rechts. Oh ja. Auf und und. Und er hat mich erwischt. Und er hat mich erwischt. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Der Armour-Train ist riesig. Hauptsache die haben einen Armour-Train und wir haben fast alle Einsatzziele. Ist einfach genauso erratiert wie die Fahrer mit uns. Ja. Ganz einfach. Wir haben Einsatzziel Darin erobert. Wir müssen dieses Ziel um jeden Preis halten. Ich weiß wieder der Tank. Pass auf geh vor dieser Tank und rechts wahrscheinlich. Ja, eh hat's gerade geschenkt. Huch! Oh shit, ja. Ich bin wieder da. Ich bin jetzt flanker und kill mir mal. Ich hab nur unseren Kerl-Lewey beitragen müssen. Nee, ich hab schon so. Über 3, Leute. Ich möchte doch einen. Fuuuck. Klebt der noch? Na, schau einfach mal raus. Schwer gesichtet! Kurze F***, eyder. Ich sieg den, eyder. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Verloben wir mich noch. Verhalten Sie dem Auge! Hallo, ey F***er, ich triff überhaupt nichts mehr. Hoffentlich kommt mit dem großen Update der Hardcore raus. Nein. Ich triff echt nichts, Mann. Hardcore war halt echt super geil. Hält. Hält es nur aus. Ich nehme uns dann wieder mal russisches Gewehr. Das war bisher zum Besten. Gewehrplatte. Oder wir fangen dann noch. Guck, rein. Gewehrplatte. cą, stirbt bleiben. Ein Wetter. Ein Wetter. Ein Wetter. Was ist denn? Der ist neu. Auskauf so entfernt. Und er ist unter der Ankunft. Oh, der hat gerade den ganzen Husten gelegt Der vorne ist irgendeiner, der macht's bei ihr Diese Damen Drück's mir auf die Ja, ich hab hier nur 14 Schüsse Ab sie wird so gestalten Alles gut Oh fuck, bin die Last Man Standing in meinem Haus da Ich bin dort ausgedrückt Ah, ich sag schon Hehehe, mit den Ganaten wegzauern Gib mir eine Memo Oh, das ist mir Oh fuck Oh fuck Wow, der kann er noch Der kann er noch Der kann er noch Der kann ein Panzer Der kann er noch In der Nähe deiner Position ist ein Wach-Soldaten-Kit verfügbar Ja? Man, die brauchen mehr Rüstensneil, vergehen sie mir bitte Umbringer Ich glaube jetzt bin der gleich wer Ja, kommt schon. Und Gas ist also. Pass auf! Ich sieg fast nix nun. Ja, ich bin so ungefähr im Arsch, man. Oh, irgendwer bin weg, ist ein Wotterfach. Von unten? Wir konnten jetzt sagen, entnehmen alle. Ja, passt dann. Ach, vom anderen Haus. Ah, Hausseiten drüben. Holy shit, ist der Depart. Ich bin auch da. Endlich kann ich mir russische Sniper hernehmen. Boom. Jetzt wird alles besser. Deswegen schon. Vor allem da, wo wir, glaube ich, gesponsoren. Oh, der Panzer, ja. Ein paar Filmen, glaube ich. Hier ist einfach abgeld, Mann. Das ist heftig. Ob der Panzer macht, drive-by ist bis zum Geld mehr machen. Wir dürfen das Ziel nicht verlieren, verteidig das! Wow, jetzt machen wir genau wie selbe Penetration, so wie wir penetriert werden sein. Naja. Ja. Wow. Ich bin gerade in einer Stealth-Mission, ey. Wir gewinnen. Ich gehe in komplett F. Ja. Oh Gott. Gott sei Dank. Der ist halt Speer! Artillerie gesächtet! Er ist nur ein Abmensch. Ich bin mal weggepackt! Er ist auch hier vor der Artillerie gesnaped, Mann. Ich bin schon mal gegeben, weil ich nicht wirklich sehr schlafen kann, Ich bin mit einem Arschluss, weil ich vorhin schlafen hatte. Ich bin natürlich durch. Ich bin kein Abmensch, weil ich für dich verwachen wollte. Ich bin schon mal in der Mittwoch von dem eigentlichen Ich bin einfach nur ein Abmensch, weil ich noch ein Abmensch, und ich bin einfach zu drehen. Das hat uns nicht gefallen! Play up! GG, Alter! Nein zu nein! Das kann man lassen! Ah nein!